Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nachdem der heutige Tag nochmals mit angenehmen Temperaturen und ein paar Sonnenstunden dahergekommen ist, gestaltet sich die Wetterlage ab morgen kühler und unbeständiger. Dann liegen die Höchstwerte nur noch bei 14 Grad. Der Himmel bleibt zugezogen und wir müssen uns auf vereinzelte Niederschläge einstellen. Bei ähnlichen Temperaturen zeigt sich auch der Donnerstag Wolkenverhangen. Es soll trocken bleiben. Auch am Freitag ändert sich nichts an den Temperaturen. Dann lässt sich auch mal länger die Sonne blicken. Am Samstag wird es mit Spitzenwerten von 7 Grad recht frisch. Der Westsachsenhimmel zeigt sich komplett Wolkenverhangen.